Und dann bin ich auf einmal Platz 2, ich stehe kurz vor meinem Epic Win und dann stirbt der Controller und dann sage ich, du sollst das Gamepad. Ach dieses Tetris 99, ne? Geht in der ersten Runde aus, wow. Dann spielen wir so einen Smash. Ist mir auch scheißegal. Bei mir hängt der Stream die ganze Zeit, ja, ein bisschen laggy ist es heute. So schlimm ist es gar nicht. Wow, hat das Spiel geupdatet oder wieso sieht das so anders aus? Ja, ich auf jeden Fall nicht, alter. Shit looks weird. Tetris Musik, sie ist so scheiße. Äh, russische, russische Stressmusik. Tetris macht süchtig, shit is like crack. Oh mein Gott, das erinnert mich einfach immer wieder an, äh, Brandl Floss hier. What if Tetris had lyrics. Oh nein. Oh Gott, die Japaner haben mich schon wieder auf den Kieker. Das sind Japanese People. Die wollen mich schon wieder. Ich weiß nicht, irgendwie Tetris ist mir zu stressig. Ja, es ist ja auch die tetrische Russenmusik, ne, also... Ne, es liegt nicht im... Oh nein, oh mein Gott. Euch hat das Lied verdrängt Alex. Zu spät, hier komm ich wieder mit dem scheiß Oma. Boah, Vivi, lass mich dir erzählen von meinen scheiß Arbeitskollegen um mich herum. Einmal fangen sie an an zu singen. Ich bin schon groß und vier, komm doch. Steht da, ist das euer fucking ernst. Boah, Alter. In was für einer Timeline sind wir? Ich hab keine Ahnung. Meine Arbeitskollegen haben alle, wenn sie immer so einen Punkt erreicht, wo sie nicht mehr wollen, fangen sie an alte Kinderlieder zu singen. Dann steh ich da, ist schon so spät. Das ist die Story of my life, Alter. Das ist die, meine Güte, irgendwelche Japaner hassen mich gerade und wollen mich tot sehen in Tetris 99. Achso, ich dachte, das ist die, die Con, die hat gerade Nostalgie anfängt und fängt an, irgendwelche komischen Serienintro-Videos an. Ja, das ist wieder, wir gucken den gesamten Abend lang nur scheiß dumme Kinderintros und denken uns, boah, geil, how it's time to be alive. Alles, worüber wir heute noch lachen, ist Hitler, wie er 30 Mal sagt, nein, 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 nein. Oh, Alex, by the way, wir müssen uns die nächsten Tage immer noch mal zusammensetzen. Wir müssen uns noch mal hier eine Liste machen wegen unserem Stand, ne? Ja. Ich hab aber alle schon da, also von meinem Stoff alles Mögliche. Ja, nee, das meine ich ja, dass du mir einmal aufschreibst, was du schon hast, sodass wir dann da... Ich hab ein Zimmer. Und du? Was? Ich hab... Ich hab ein Zimmer. Ich hab Fernseher, ich hab PC, ich hab... Oh, Alex! Stop trolling! Oh mein Gott. For fuck's sake. Ähm, nein. Du hast gefragt, was ich habe. Hast du gerade gesagt, gib mir dein Herz? Nein, ich sag nur, ich bin Gewinner der Herzen. Ich gewinn den niemals in Tetris, aber ich bin Gewinner der Herzen. Wow. Oh, das klang gerade so, als würdest du so richtig creepy sagen, gib mir dein Herz! Mortal Kombat! Alter, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Write a book, now. Mit dein Herz! Aber jetzt mal ohne Wind, hat das Spiel ein Update bekommen? Weil das sah doch vorher nicht so aus. Ja, es hat ein Update gekriegt. Yes. Yes. Ne, was ich eben gerade meinte, dass wir vielleicht, dass du einmal aufschreibst, was an Stoffen, Nähzeug etc. du bereits hast. Alles. Und, ja, nein, und wie viel, weil dann kann ich vielleicht... Und welche Farben, damit ich das ergänzen kann. Viel. Alex, ich fühl mich kaputt. Ach, soll ich auch eine Nadel mit Backbord aufsetzen? Könnte ich machen. Gib mir ein paar Minuten, ich mach das. Ich zippe mal getriggert an mein Wasser. Trigger desippen, that's alright. Zippe die, zippe die, zippe die, zippe die. Hoppe die, poppe die, oh man. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Hoppe die, poppe die? Alter, warum? Was passiert hier grad schon wieder? Das ist doch nicht normal. Hoppe die, poppe die, poppe die. Hat er nicht gesagt, hockety, poppe die? Ja, hockety, poppe die, stimmt. Hockety, poppe die, 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 poppe. Die Hexe und ich waren eins zusammen, doch holen sie dann ihren Penis ran, was? Was? Oh ne, ich geh raus, stopp! Riggitus, Miggitus! Veto, Veto! Nooo! Stop it! Wir lenken Shadowfarm, I'm sorry! Achja, Bibi! Hockeli, Hockeli! Ja! Die haben übrigens einfach das Transgendergesetz und durchgerosselt, ne? Also was und die Falle! Wow! Oh ja, das brauche ich jetzt in meinem Stream! Geil! This is a fun zone! Welcome to a fun zone! Beef Zone ist eine Fuck! Back in History! Was, du lebst noch? Holy Shit! Ich überlebe in dem Spiel immer länger als ich soll! Ich glaube in diesem Spiel musst du einfach richtig hart süchtig sein! Mehr als sonst! Damit du da überhaupt irgendwie an die höchsten Plätze kommst! Ich glaube auch! Ich war einmal Platz 1! Was? Einmal! Seitdem habe ich das Spiel nie wieder angefasst! Alles klar, Hockeli, bis denn! Tschüss! Hallo! Muss man da auch auf so ne neue, ähm, Ebene, muss man da so ne neue Ebene erreichen? So nach dem Boden so... Ultra Instinkt Hattest! Alter, ich... Das ist so, wenn Shaggy 25% der Kräfte benutzt, so quasi... Weißt du, der Typ fokust mich und ich sag mir, Digga, geh weg! Ich schwör dir, I will slap you with my dick! Das ist kein Stein! Harry Potter und kein Stein! Was? Ich bin grad am... Ich bin grad am Spriten, deswegen... Hey Bibi, wie wärs da eigentlich damit? Einfach mit Harry Potter einfach uninteressant gemacht worden! Dass er einfach stinknormale in der Hogwarts-Schule rumtöne und einfach nichts passiert! Ja, weißt du... Bei den ganzen Jahren! Harry Potter einfach... Harry Potter und die Kamer an der Langeweile... Ja... Harry Potter's a Highschool years einfach... Harry Potter, das Musical... Was ist unser Highschool-Musical in the background? Harry Potter und die Legenden des Schach-Clubs... Life is gonna be this way! You're just joking, oh! Your love life's DOA! Hm... Jo, willst du Streit, Junge? Hier, fuck you! Double fuck you! Wollen sie... Wollen sie Streit? Nein! Klopp dir eine! Natürlich! Sag dir! Nein, doch! K.O. go fuck yourself, kiddo! Richtig, geh aus meiner Zone! Boom! Schwör dir! Oh, Bibi! Paar Tage ist der Benchmark draußen! Der was? Der Benchmark... Der... 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 Der erste Einblick zu Shadowbringer! Ach so! Weil... Was... Was für ne... Was für ne... Sitzbankzeichen... Was zu... Ne, aber cool! Fahre ich mich schon drauf! Hm... Oh, geil! Jemand kauf bald Scheiß! Oh, Scheiß! Kauf dein Scheiß! Na komm! Nice! B-b-b-b! Too many Tetris... Da 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 da... Wünftig hätte... Diese Download-Geschwindigkeit! Download-Geschwindigkeit! Ich stell dir mal so Star Trek vor, da steht da so der Captain langsam auf, ziehst du das Hemd rottert und er so Download Geschwindigkeit! Kommt mir wie so kaum vom Fleck, ey! Ich hab mir gestern einen neuen Server geholt und, oh, ich weiß nicht, also, einen Gigabyte schafft er zu downloaden in drei Sekunden. Wow, oh god, what the fuck? Du willst Krieg, ich hau dir auf die Schnauze. Alter, es ist auch überhaupt nicht, ne, Tetris macht überhaupt nicht aggressiv, nein! Puyo Puyo vs Tetris ist eh besser. Ich hasse Puyo Puyo, ich hab's nie verstanden. Das ist doch total einfach. Ja, ich bin so ein erhobenes Wesen, ich bin Auron, guck mich an, ich mach die Krabbe. Was? Jumbo Shrimp. Oh mein Gott! Was? Schildo, schildo, guck, wenn du Zeit hast, guck mal kurz die Kunde. Ähm... Das sagst du mir genau, wo ich ne Runde angefangen hab. Okay, dann mach's danach! I can't pause this game, Mom! I can't pause League of Legends, Mom! Machst du noch eben ein Gift raus? Ich glaub nicht. Oh, ist das wunderschön. Oh, kannst du das mal für die Leute auf den Server mal Memes reinwerfen, bitte? Aber klar, gerne. Bitte, die Leute müssen das sehen. Leute! Ihr bringt mich grad voll aus dem Konzept, ey, er war richtig brutal. Ey, ganz... Für das, dass du grad aus dem Konzept-Gerät spielst, aber ziemlich gut. Ich spiel scheiße, guck dir diesen Müll mal an! Ich gucke und ich seh, du hast weniger als die meisten. Du spielst besser, das ist interessant als ich. Und jetzt stell mal vor, ich hätte nen guten Controller. Oh, scheiß Gamepad. Ach, das ist so dumm! Darf ich mal kurz... Darf ich mal kurz nebenbei sagen, ich freu mich... Ich freu mich drauf, wenn Weehawk und Matze bei Pilotwings oder Beginner Rap... ...endlich bei Scatterbug 3 sind. Ich freu mich auf diesen 10-Stunden-Part, der dann kommt. Was zur Hölle? Das sieht aus wie... Das sieht aus wie... Das sieht aus wie Lesser-Dog! Ne, das ist... Das ist der Lease-Dog einfach! Das ist der Lease-Dog! Okay, ich krieg ihn! Ah, Batterie lässt nach, das ist nice! Oh, fuck's sick! Das war... Ich war das nicht, Kira! Alex hat es gespust! Ich schwör's! Ich versteh grad gar nichts, ich fühl mich richtig merkwürdig. Ich sitz hier so richtig zoned out. Ich glaub, sobald du siehst, du weißt, warum wir lachen! Ich glaub, Heavywein schon! Ja, tu ich! Fuck! Ich wollte auch, keine Sorge! Geil, jetzt hab ich ne Mauer gebaut! Was ist Trump oder was denn los? Ja, Mini-Trump! Ich muss nur kurz Nase putzen, Moment! Can't stump, but can't stump the Trump! Das war dumm! Fuck's sick! Ich werd diesen Scheiß nicht los! Ich komm nicht durch den Kack! Kauft seinen Scheiß! Oh, ich komm endlich durch den Kack! Oh, Fuss! Oh, fuck! Ich brauch doch nur ein langes Stück! Oh mein Gott! Danke! Oh Gott! Okay, so jetzt geht's wieder! Jetzt gut! Alles gut! Alles toll? Cool! Oh, ich bin grad halb gestorben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist aber, mein Damen und Herren, das ist mein Humor! Pass mal auf, jetzt guck ich's mir gleich an, wenn ich wieder von Japanern getötet werde und er so, das ist not funny! Das ist echt schön! Das ist echt schön! Wieso? No, das war... Du guckst dich schon wieder an! Nein, kennst du das? Nein, kennst du das? Kennst du das? Leute, kennt ihr das? Wenn ihr euch das Lustige angeguckt habt, ihr lacht da drüber in eine gefühlte Stunde und dann habt ihr das Bild schon längst geschlossen! Ihr habt's gar nicht mehr vor der Nase und ihr habt ihr das Bild aber in euren Kopf und dann müsst ihr drüber lachen! Das ist ganz schlimm! Schön ist... In meinem Kopf bewegt es sich auch! In meinem Kopf bewegt es sich auch! Oh, ich versteh, was ihr meint! This sounds so wrong! Kishi! Kishi, ich hab das nicht gemacht, ich hab's gefunden auf Twitter! Nope! Ich wär grad für üblich durch Twitter gescrollt, da find ich immer meinen größten Scheiß! F*** you! F*** you! F*** you! F*** you! I... ...will not die! F*** you! Joel Doys'n Tänzerfeisen! F*** you! Alter, ich hab nur das grüne L! Das grüne L betrügt mich! L steht für Duhl! 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 Wie der Bösewicht aus Pocahontas schon gesagt hat! Ein Meme ist kein Meme, wenn er nicht memen kann! Das war echt im Film, guckt's nach! Oh, Toasters, Toasters! No! 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 Yes, they do! Ich hab den Tee gesponnen! Oh, Kira, das ist Story of my life, Alter! Das ist genau mein Problem! I spawned the Tee! No! No! Betrayal! 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 Crushed and a donut! Also ein Cronut! Ein Donut! Ich wünsch' dich hätten jetzt einen Donut! No! Das war doof! Fuck! Aber man merkt, so Shadow spielt sich wahr! Man wird mit jeder Runde besser! Ja, und dann kommt gleich die nächste Runde! Ich werd' einfach gepimpslappt! Darf ich mal erwähnen, dass du auf Platz 9 warst? Hat sich die Musik überhaupt verändert? Okay, 10! Wahrscheinlich mit mir! Ich war so der Letzte! Hey Shadow, jetzt hast du ja Zeit! Ja! Jetzt hast du ja Zeit! Warte mal! Was habt ihr da jetzt? Was ist so unglaublich witzig? Es ist einfach... Ich find's schön! What? Fuck! Ich hab grad gedacht, was sind das denn für deformte Eier? The least dog! The least cat eye lock! Alter, was ist das so im Fick? Das ist so schön! That's a massive cat right there! Alter... I was at the gym! Alter... You got buff! My brain was... I got buff! Way up your buff, Morty! Das ist so bald bauen, Morty! I become stronger and stronger! I become stronger! Hey Morty! The mooskles! The mooskles! The mooskles! C'mon Morty! C'mon Morty! C'mon Morty! I'm gonna be pickin'! Pickerick! Morty! Pickerick! Hey baby! Hey baby! Huh? What's up my dude? Is she bop? Oh wow! Oh wow! Oh wow! Der... Bösartige Kreis! Ja, Alter! Das sieht so scheiße aus! Ähm... Ja! Das seh ich genauso! Das sieht richtig scheiße aus! Was ich hier mache! Das mein ich nicht, aber... Look at this bullshit! Oh loo! Jig! 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 Einfach das Schaf ins Wasser! Ja, was geht Tobi Ja, ich hab Spaß, warum? The fun will never end, du-du-du-du-du-du What the fuck, die haben jetzt in Ninja of Legends die Katze eingebaut? Yes. Ja, shit. Yes. Wow, verdammt, die ist süß. Die ist echt von... Die ist so niedlich. So sick, Morty, we can totally fuck robots now. Oh, sick, Morty. Is das ein Heiler? Er ist ein Supporter, ja. Oh, schade. Morty. Morty. Oh, scheiße. Ich kann einfach mitwisten, fein mit den Fenster. Ach, du Kacke. Morty, I'm pick away. This is where I'm go- Ja. Ja. Okay. Goodbye, my friend. Goodbye, Morty. Bibi? Oh, I don't believe you. Ja, was? Hattest du eigentlich das mal als Kind? Was? Warte. Richtig zerfickt gerade. Ob ich das mal hatte? Was? Super Pretendo. Pretend to work. Der Gesetze ist Rafa Dark. Es geht noch weiter. Jeetag. Ah. Du hast ein Y-Lon als Mund? Ja, absolut. Y-Lon. Und wissen, was das Beste ist. Ja. Von den Typen, von den Verkäufern da, ne? Stell dir mal vor, die Oberlippe ist ein Schnauzbart. Toll. Ah ja, well. Ne? Target mich. Ist geil. Schmeckt geil. Garne, Loni, na, 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 na. Doni, ii. Puh. A prophecy is true. Ich tippe Trimely Spawns, ganz schatz. Hab aber auch gerade, ne? Wie? Drei Leute wollen meinen Arsch. Ich will doch nur so einen fucking kleinen Wasserquelle-Sprite. So schwer knallig sein. K.O. Ja, richtig. Das hast du davon. Guck mich noch einmal von der Seite an, du Kackpatzen. Okay. Okay, cool. Mach ich doch jetzt, Latsch. Cool. Cool. Baby, bist du dort, doch? Yes. Fuck, na, geht's. I guess. Ist das Gold? Ist kein Gold. Ich bin traurig. Warum ist das kein Gold? Ist das... Mach mich selber. Oh, Alter. Bitte erschieß mich. Okay. I am the one walking. Oh, 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 Mordi. Oh, love. Oh, I am Mordi. This way, I am Mordi. Yeah, das ist, äh, das waren... Schlechte Entscheidungen wurden getroffen. So viele Ideen, und alle davon sind scheiße. Oh shit, Morty. Oh scheiße. Hö, 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 Morty. Morty says no. Morty says fuck you. Morty can go fuck yourself. Morty said no. Morty. Seid nicht Morty, Leute. Don't be a Morty. Or you will be mortied. He got mortied. Dann endet er wie Morty, Morty. Dieser Wichser aus Mickey's Haus. Tschöko. Noch lebt der Controller. Er lebt. It fucking lives. Okay, see ya, Alix. See ya, Alix. Oh man. I am sorry. Do not worry, cause I will be fine. Just no. It's time to stop. Ihr wollt fucking zanken? Okay. Pizza, pasta, put it in the box. Da wo das hingeht will, keiner wissen. What? Huh? Mid-west. Mid-west. Mid-west, Morty. Mid-west. Mid-west, Morty. It should be the light. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Yeah, suck this dick, Morty. Später haben alle von den Pizzas sieben. Die wollen mich aber auch gerade alle, ne? Yes. Alter. Ich bin so beliebt wie eine Pizza auf einer LAN-Party. Pizza-LAN-Party. Ich versuche hier zu beruhigen, I'm sorry. Oh, das ist genauso, als heute unser Vater nach Hause kam und er superlaut Radio im Auto anhatte und er kam dann rein und er hatte die ganze Zeit diesen Drang von DJ Bobo Chihuahua zu singen. Ja genau, die ganze Zeit und Später hatten alle nen Ohrwurm. Das klingt halt wie Banjo-Kazooie Musik bei dir. Das ist goofy. Das ist aber... Banjo macht das auch, dieses... Irgendwie so ganz komisch. Ja, Batterie lässt nach. Ich weiß, Switch. Wie wär's, wenn du das tust, was ich dir befohlen habe zu tun? Nämlich shut the fuck up und mach aus. Shut the fuck up. Stattdessen läufst du seit Tagen und bist nicht mal an fucking HDMI-Kabel angeschlossen und denkst dir auf, Mensch, how about Smash right now? Aber Titus denkt, das ist nicht so nah. Ise, nee. Gumm, nö, nö, nö. Mich kriegt der nicht. Nö, 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 Tiffy. K.O. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Oh, nö, nö. Okay, sorry. Oh, nö. Kennst du das, wie dieser Typ so mega lachen muss und der dann so, oh, nö, nö, nö. Und er fängt ja so richtig dumm an zu lachen, so dieses wheezing intensifies. Ja, das kennt ihn. Oh, this is, this is my grave. I'm dead. I'm so fucking dead. Ich hab so viele Leute umgebracht, aber in the end it doesn't even matter. Who tried so hard? Alter. 22? Nee, 23. Oh, alter. Ich hab so ne... Ich hab so ne... Ich hab ne Tendenz für Comebacks, aber es ist irgendwie... Ja. Oh Gott, nee. Jusch. So viele umgebracht. Drei. Ja, hallo. Schon mal immer mit dem Löffel oder mit dem Tetrisblock umgebracht? See? Hm. Guck mal in Memes. Ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Memes. Es gibt ne Zeit für Memes und es gibt ne Zeit für Krieg. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Zeitpunkt das jetzt ist. Fertil. Creams? Wollt ihr beiden Stress? Ich schwör, ich klatsch euch beide. Ihr guckt mich nur so scheiße von der Kackseite an. Ihr haltet euch für was fucking besseres. Aber das seid ihr nicht. Woah. Yo. Alter. What is it good for? Absolutely nothing. I will fucking... ... slap you... ... your heart with... ... the lady. Dix. Oh Gott, er wird sie overdriven. HUT! He is like... No, please. Oh, bei den Tetrisgöttern. Macht das. Macht, dass es weg geht. I am very sorry. Das war ne dumme Entscheidung. Ja. Oh wow. Mistakes were made. Mistakes. Alter. Mistakes are real. Das nächste lange Stück ist... You know what? Fuck yourself. Das ist... ... geh nicht mehr weg. Ja, ne. Ein Fehler. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Es geht... Es ist einfach dieser Pizza Song. Ja, aus Tetris. Ne, aus Tetris. Aus... aus Tetris. Aus Spider-Man Tetris 2. Ne, aus Spider-Man 2 da ist das Ding. Aber die Version ist brutal. Also die Melodie gibt es grundsätzlich schon vorher. Aber in... im... Die Version von Spider-Man 2 ist einfach ihr Rape. Einfach. Das ist... uff. Ah. Batterie ist leer. Well. Hallo. Ja, äh... Nimmst du das hier? Oh shit. Oh shit. Ich kann auf dem GameCube Controller spielen. Das ist zwar... Oh mein Gott ist das Cancer. Oh mein Gott ist Tetris spielen auf dem GameCube Controller Cancer. Ich muss das Steuerkreuz benutzen. Ihhh. Ihhh. Und das Steuerkreuz auf dem GameCube Controller ist der letzte Rotz. Wo es hier... da ist. Okay. Oh. Ja. Wow. Das äh... Oh wow. Ich weiß gar nicht ob es zu den Pizzas hat. Also es geht. Aber... Ich würde jedem davon abraten. Because this shit is terrible. Come and go. Oh wow. Wow Tiffy. Ja. Das ist das was ich wollte. So pass doch. Also wenn ich jetzt hier ne... Sämtliche Accomplishments die ich jetzt mache... Sind legendär. Möchte ich nur mal dass ihr das jetzt wisst. A legendary ADQ. Weil mit dem Controller hier Tetris zu spielen ist... Alter. Habt ihr mal versucht auf nem Grill ein Würstchen zu wenden wenn der Grill auf maximaler Temperatur ist und ihr habt kein Werkzeug dafür? Richtig. Das ist gerade Tetris 99 mit nem fucking Gamecube Controller. Das ist unrelatable. Holy shit. Ja eben. Wer kennt das nicht? Du willst einfach nur ein Würstchen wenden und auf einmal denkst du dir... Oh shit. Shit's hot. Alter. Shit. Hm. Chris. Pulled your dick away. Ach quatsch. Ach quatsch. Ach quatsch. Ach quatsch. Ach quatsch. Das war nicht. Das... 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 Das scared. Ich bin top 50. Ich bin fucking top 50. das hat kein gott kein einziger gott so gedacht wollte ein lebenslebensrad von mir leute spielt auf keinen fall tetris 990 oder irgendein tetris mit einem gamecube controller schützend possible ich würde grundsätzlich kein tetris spielen weil mich das mega aufregen würde so jetzt muss ich also warte mal jetzt muss ich halb ja batterie ist nicht geil ich weiß es ist schön und toll hier an dein übergroßes pack display behindertes mini adapter kackteil nicht stand-by modus du wo ist denn jetzt hier die scheiß taste da ist die scheiß taste aber ich bin noch ein bisschen wenn wir schon nichts machen können sonst muss ich halt ich wäre und ich jetzt schon eine bestimmte nicht mal